Was geht ab YouTube? Wir gucken uns heute Memes mit meinem Brudis ABK an und pro Lacher, egal ob von meiner Seite oder von seiner Seite aus, 5 Subs an die Community. Wenn ihr dabei sein wollt, erster Link im Bio ist unser Twitch-Account und der zweite Link ist der Discord, ja? Kommt gerne in den Discord, kommt... Oh shit! That a boy! Oh! Ey Wala, ich darf eigentlich nicht lachen, weil jetzt irgendeine Jinta getroffen wurde, hör auf Bruder! Ich hab nicht gelacht, Spür. Hat dir so eine Mutter getroffen, die Fernsehen geguckt wurde. Okay Tilt, das war jetzt nur Ausrutscher, Digga. Das war nur Ausrutscher, Digga. Herz aus Löwe. Herz wie ein Löwe. Eier aus Stahl. Das ist reich, Bruder. Herz aus Löwe. Herz wie ein Löwe. Herz wie ein Löwe, sag ich an diese Medium Welle, ey. Ja Medium. Du sag auch aus, das ist Medium, ne? Mediums, Mediums. Herz aus Löwe. Okay. Zehn Stück, du bist schon arm, Bruder. Ja, okay chill, wir benehmen uns jetzt. Wir benehmen uns jetzt. Wir benehmen uns jetzt. Überfall. Überfall. Gib ihm das Geld her. Ich hab... Du Victor, Wala, ich hab nur gelacht wegen dir, Digga. Wala, du hast gelacht. Das war hart, Assoziat. Das war hart. Du hast gelacht, Bruder. Wala, mit AVK kann ich das nicht spielen, Drey. Ich muss nicht lachen, weil ich wäre auch die Frau so. Bei ihm, ich muss direkt lachen, Digga. Ich schwör auf alles bei ihm, ich muss direkt lachen. Weil ich seh, sein Zahn guckt so von Seite, von seiner Lippe raus. Und da muss ich auch lachen, Digga. Okay, ich benehm mich. Lach nicht mehr. So, how are you? I am under the water. Bruder, das ist Ernst. Sie sind richtig mit Kopf an Kopf zusammengestoßen. Hallo. Diese Kamera auf Helm, Bruder. GoPro, ne? Ich muss nicht lachen. Wala. Digga, das ist ja todeschwache Leistung von mir, Digga. Ja, das ist grad echt schwache. Okay, jetzt. Ich lach gar nicht mehr. Jetzt singst du an, guck. Wegen das da lachst du. Wegen dem Geräusch. So ein Geräusch. Guck mal, das ist ja so ein Geräusch. Aber das ist so ein kurzes. Zwei Sekunden, dann musst du das klassische Lachen machen. Wala, deswegen lachst du, Cousin. Ey, Bruder, Wala, ich bin arm, gell. Ich will. Hör auf jetzt, Digga. Hör auf jetzt, Digga. Ja, Ola, hör auf jetzt. Jetzt. Kannst du das ohben bitte, Flaschenopper sagen? Bruder, ja. Wischen wir nachher mit? Oh Aleikum Selam Aleikum Papa Ey Mama Ey Manni Manni Der ein Bruder der Alter Schöpfe Alter Sei ehrlich Oh Ich hab ihn reingeschnitzt Digga du bist so schlecht Du bist so schlecht Du bist so schlecht War das so ekelhaft Der war aber schlecht Der war richtig schlecht Dass du jetzt da gelacht hast Schwach Oder du hast bei diesem Mülltonnenclip gelacht Digga das war gar nichts Ja das war gar nichts Du bist echt geschwächt Bruder Ey du übernimmst diese Rechnung von Zabs Geh? Ja gar nicht Bruder Ich kann das wirklich holen Alhamdulillah Es ist 2021 Ihr Leute müsst sofort aufhören Darüber zu streiten Welche Handy Marke das beste ist Wir haben da draußen noch viel wichtigere Probleme Du wirklich Ey Wala das wäre ein Lachstück Das war Das war Ey wie viel Zabs müssen wir giften Der ist aufgenommen Bruder Ey Warte Ey Bruder Wir sind bei 150 Euro oder so Nein Chill gar nicht Ey warte du hast mich gefickt Ey wie kass Ich warte Warte Der ist nicht mehr Du hast gerade mal auf WLAN gehabt Bruder Du hast den WLAN gehen wollen Sie klingst mich Rolladaddy Ich bin hier mit den Jungs Und heute gibt es ein Spieleabend Aber jetzt ohne Sub-Stress Wir können so viel lachen wie wir wollen Aber jetzt ohne Sub-Stress Wir können so viel lachen wie wir wollen Krass Boah dick ass ist hier Guck der rennt immer noch Guck der rennt immer noch Guck der rennt immer noch Guck der lebe Guck der lebe Der war Abuzonic Bruder Der war weg der Bruder Guck der lebe Guck der lebe Guck der lebe Guck der lebe 10 Biscuit Das sieht aus wie du bist Ja ein bisschen Oh da meine Ohren Küchen Digga Ich will auch nicht so viel ins Detail gehen Ich will einfach nur kurz und knapp sagen Ja was soll ich sagen Das ist richtig dieser Ding Moment Digga Ich bin immer loyal Ich hab alles für ihn gemacht Wallahi Bega Ich hab alles für ihn gemacht Ich hab alles in den Arsch gesteckt Geld Zeit Liebe Was hat alles Was hat er dir reingesteckt Bruh Ist ok Ist das aber was oder Ja 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 Ey Ich bin ja Ich bin heute ja Mach alle Ich bin doch Das ist doch alle Gut Ey warum hast du das auf den Boden geschmissen Warum hast du das auf den Boden geschmissen Ich hab da nicht gehört Ich hab doch keine Ahnung Komm 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 Nachgesichtssinn Deutschschlöp nach Corona-Impfung Ey was ist da unten Warum hast du da unten so gewissen Das machen wir weg Ich mach's weg Achso wir haben neue Clip gell Hier gell Ich hab deinen Boden geschmissen Nein Das machen wir gleich Frage Das machen wir gleich Ich bin doch die 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 Schwerer Typ, stabiler Typ Geiler Mie Bist du ein Hexer, du hast mich gerade verzweifelt Das kann ich nicht passieren Verzweifelt Das war sehr hart Ey der Typ der hat mies Probleme Nicht nur Schizophrenen, auch ein Mikro Und wer hier dein Kopf lebt, ist Marcel Ehres In nem Lambo in Farbe von seinen Zähnen So ein Hund Digga, das habe ich gar nicht mitbekommen Das sehe ich jetzt das erste Mal Alter Ja ok ok, ja ich weiß dass es Sammy war Ich bin nicht doof Digga Also Sammy kommt auf jeden Fall nicht mit in den Thai Urlaub Mit mir und ABK Digga Oh mein Gott Du hast gebannt wurde Ich kam zurück Und ich war in deinem Raum Ah boh Ah boh Ah boh Ah boh Ah boh Gut 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 Alright buddy, ready? We're about to go on a rollercoaster Yeah, see? Here we go Oh Ah boh Ich bin besser Oh 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 Das war schwer, das war gut. Ah, den kenn ich schon, jetzt steigt der vom Motorrad und haut den, Safi Dredis, korrekt dass ihr da wart, wir sehen uns morgen, danke an alle die dabei waren, war cool, war lustig.